Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Pilzporträt. Heute geht es um eine Art, die man auch jetzt im Winter oder vor Frühling finden kann, und zwar den ziegelroten Schwefelkopf. Wie es mit dem Speisewert, der Verwendbarkeit, dem typischen Habitat, den Verwechslungspartnern und einer genauen Beschreibung aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Der ziegelrote Schwefelkopf ist ein Folgezersetzer, den man vor allem auf toten Laubholzstümpfen finden kann. Auch als Schwächeparasit, also auf geschwächten Lebendholz, kann der ziegelrote Schwefelkopf seltener mal in Erscheinung treten. Bei uns in Oberbayern bewohnt der ziegelrote Schwefelkopf überwiegend Eichenstümpfe. Es sind aber auch Funde auf verrottenden Totholzästen und vor allem auch anderen Laubhölzern möglich. Seltener soll der ziegelrote Schwefelkopf sogar auch auf Nadelholz gefunden werden können, uns ist dabei in all den Jahren bisher noch kein einziger Fund der Art auf Nadelholz gelungen. Die ziegelroten Schwefelköpfe kommen mit niedrigen Temperaturen zurecht und können nahezu ganzjährig gefunden werden. Nur bei durchgehend hartem Frost sucht man die ziegelroten Schwefelköpfe vergebens. Am wahrscheinlichsten sind Funde, unserer Erfahrung nach, von Oktober bis März. Wie sieht es denn mit dem Speisewert und der Verwendbarkeit aus? Ja, die Frage ist eigentlich gar nicht so einfach oder so eindeutig zu beantworten. Insgesamt ist der ziegelrote Schwefelkopf alleine schon aufgrund des bitterlichen Nachgeschmacks aus meiner persönlichen Sicht eigentlich kein Speisepilz. Im deutschsprachigen Raum wird der ziegelrote Schwefelkopf aber standardmäßig sogar als Giftpilz beschrieben. Roh bzw. unzureichend gegart ist der ziegelrote Schwefelkopf sogar stark giftig. Es wurden verschiedene hitzeinstabile Giftstoffe im ziegelroten Schwefelkopf entdeckt, die zum Beispiel zu einer Zersetzung der roten Blutkörperchen, einer sogenannten Hämolyse, führen können. Gut durchgekocht wird der ziegelrote Schwefelkopf immer noch als stark unverträglich beschrieben und soll bei empfindlicheren Personen sehr schnell zu Magen-Darmstörungen führen können. Zusammengefasst, der ziegelrote Schwefelkopf ist roh stark giftig, ausreichend gegart zumindest als unverträglich zu beschreiben und besitzt zudem einen unangenehmen, bitterlichen Nachgeschmack. Alles in allem für mich persönlich kein Speisepilz. Wie sieht der ziegelrote Schwefelkopf denn eigentlich aus? Woran kann man die Art erkennen? Der ziegelrote Schwefelkopf erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 18 cm. Ja und das ist für einen Schwefelkopf schon ein wirklich außerordentlich großer Hutdurchmesser. Der Hut ist vor allem jung typisch ziegelrot gefärbt. Ältere Exemplare können aber auch orangebräunlich oder ockerbräunlich gefärbt ausfallen. Die Hutmitte bleibt aber normalerweise durchgängig ziegelrot gefärbt. Die Hutoberseite ist kahl und am Hutrand gerne mit flockigen Velumresten behangen. Die Lamellen des ziegelroten Schwefelkopfes sind jung hell gelblich gefärbt und verfärben sich mit zunehmendem Alter grün-gräulich bis lila-bräunlich. Die Lamellen besitzen Zwischenlamellen und sind gerade am Stiel angewachsen. Das Sporenpulver ist lila-bräunlich gefärbt. Der Stiel des ziegelroten Schwefelkopfes ist gelblich bis dunkel-bräunlich gefärbt und erreicht eine Länge von bis zu 15 cm bzw. einen Durchmesser von bis zu 1,5 cm. Der Stiel ist schuppig und vor allem bei ausgewachsenen Fruchtkörpern hohl. Das Fleisch des ziegelroten Schwefelkopfes ist zur Stielbasis hin rot-bräunlich und ansonsten hell-gelblich gefärbt. Das Fleisch besitzt außerdem einen angenehmen pilzigen Geruch, dafür aber einen unangenehmen bitterlichen Nachgeschmack. Insgesamt gruppiert sich der ziegelrote Schwefelkopf bei der Geschmacksprobe genau zwischen dem milden rauchblättrigen Schwefelkopf und dem extrem bitteren grünblättrigen Schwefelkopf ein. Mit Kalilauge verfärbt sich die Huthaut des ziegelroten Schwefelkopfes bräunlich. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Die Schwefelköpfe sind ja eine Gattung und somit sind vor allem Verwechslungen innerhalb der Gattung der Schwefelköpfe möglich. Hierzu ein Vergleich der vier häufigsten Schwefelkopfarten. Der ziegelrote Schwefelkopf besitzt in der Regel die stämmigeren, größeren Fruchtkörper. Wir finden die Art ausschließlich auf Laubholz und überwiegend auf alten Eichenstümpfen. Die Art ist roh-stark-giftig, gekocht unverträglich und besitzt eine leicht bittere Geschmacksprobe. Der grünblättrige Schwefelkopf besitzt im Gegensatz zum ziegelroten Schwefelkopf deutlich, deutlich zierlichere Fruchtkörper mit variablen Hutfarben von orange-rötlich bis gelblich. Der grünblättrige Schwefelkopf sollte mit Abstand die häufigste Schwefelkopfart sein und kann sowohl auf Laub wie auch Nadelholz gefunden werden. Die Art ist giftig und besitzt eine extrem bittere Geschmacksprobe. Der rauchblättrige Schwefelkopf wird ungefähr genauso groß wie der grünblättrige Schwefelkopf, ist also auch nochmal deutlich kleiner als der ziegelrote Schwefelkopf. Der rauchblättrige Schwefelkopf besitzt einladende, warme, gelbe Hutfarben und ganz charakteristisch rauchgraue Lamellen ohne jegliche Grün- oder Gelbstichigkeit. Der rauchblättrige Schwefelkopf kann nur auf Nadelholz gefunden werden und erscheint vor allem im Oktober bzw. November und nach Tauwetter im Winter bzw. Vorfrühling. Die Art ist wirklich ein toller, wohlschmeckender Speisepilz und besitzt eine angenehm milde Geschmacksprobe. Der natternstielige Schwefelkopf bildet im Vergleich zu den anderen Schwefelkopfarten sehr kleine und sehr zierliche Fruchtkörper aus. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass der natternstielige Schwefelkopf im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Schwefelkopfarten nicht büschelig, sondern gerne auch mal einzeln wächst. Der natternstielige Schwefelkopf besitzt eher orange bis orange-rötliche Hutfarben. Die Art ist ein typischer Nadelwaldbewohner und kann sowohl auf Stümpfen als auch auf dem Boden gefunden werden. Die Art ist kein Speisepilz und besitzt eine bittere Geschmacksprobe, die von der Bitterkeit her exakt zwischen der Geschmacksprobe vom Grünblättrigen, also extrem bitter, und dem ziegelroten Schwefelkopf mit bitterem Nachgeschmack liegen dürfte. Der Vollständigkeit halber, wer andere büschelig aus Totholz wachsende Arten, wie zum Beispiel das Stockschwämmchen oder die verschiedenen Hallimascharten für Speisezweck gesammelt, der sollte den ziegelroten Schwefelkopf zumindest als theoretischen Verwechslungspartner im Kopf haben. Sowohl die verschiedenen Hallimascharten als auch die Stockschwämmchen besitzen keine ziegelroten Hutfarben und sollten alleine schon daran sehr, sehr einfach vom ziegelroten Schwefelkopf unterschieden werden können. Soviel also zum ziegelroten Schwefelkopf. Habt ihr den ziegelroten Schwefelkopf und die anderen vorher kurz beschriebenen Schwefelköpfe schon finden können? Mich würde dabei brennend interessieren, habt ihr den ziegelroten Schwefelkopf auch schon mal auf Nadelholz gefunden? Schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich mal, dass euch dieses kleine Pilzporträt vielleicht dabei hilft, die verschiedenen Schwefelkopfarten in Zukunft sicher voneinander unterscheiden zu können. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, freue mich über einen Daumen hoch, vielleicht sogar ein Abo oder einen Kommentar und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann!